welchen modus gibt es jetzt? denselben modus noch mal! denselben modus noch mal! den selben modus noch mal! passt überhaupt nicht zur musik, die ich hier gerade hab. ach ne schon wieder einfach so rein? ja, ok, warum nicht? oh gott, ich bin ein bot! ich weiß nicht in welche richtung... ach scheiße, ich hab nie die falsche richtung gespielt! das hab ich gerade auch. ja... warum joinen wir in letzter zeit immer so die spiele rein? was zum... ich hab spikes! oh gott! oh gott! ich hab spikes! nein! nein! sogar die a... die ki hat das gemacht! ach das ist... ach das ist... ach das ist... nacho... nacho...goal... geil! nein! es gibt's doch nicht! ich hab... dieser Campe ist manchmal so nutzlos! hier vorne müssen die KI! ah! roundhouse! 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 hey das ist doch so ne scheiße! hey mir egal! peter griffin! roundhouse! hey danke! bitte! was macht der typ? was war das denn jetzt? das gibt's doch nicht! guck da! ich wär... es wär perfekter angriff gewesen! guck da! und der typ macht den auch mal weg! ja! war das unser Spiel! du Huchensohn! ich hab auch noch einen BOT! äh! spielt selber kacke, ne? und verlässt dann einfach, äh... das Spiel! kommt schon! oh Gott! ich weiß es nicht! nein! aah! nein! schade! ich wollte einen schönen... äh... nimmst leise... rückwärts auch gleich machen! sorry! wuhuhuhuhuhu! die KI bleibt einfach nicht richtig random hier im Tor stehen! ja! fahr du... bleib du vorne! mit dem Feldpass! nein! ich war zu weit vorne! oh was ist so... und ich wurde geswitcht! ich hab ihn doch berührt! super! hä? hä? was? was? warte du! schön! ja! richtig schön! ja! ja! richtig schön! meine Ehre wurde beschmutzt! 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 aah! nein! 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 ja! ich hab meine Beine meinen Kontroller wieder weggeschmissen! war kacke von uns! ja! ich hab ihm für nichts gemacht! aber zugeguckt! ja! o ho! hallo! hallo 무함 footprint! Ohr! pat 他! jetzt bitte Magnet! bring was! ja! Magnet! Magnet! 기를ina! keiner von euch?! ja! ja! Farm Uhm! Ja. So wie gesagt, einer von euch, obwohl es so einer hören kann. Und der andere ist ein Computer. Ja, ich weiß nicht, vielleicht nimmt der Spieler deine Stimme und überträgt seine KI. Sehr gut. Oh, diese KI war besser als der Spieler. Das gibt's doch nicht. KI, rette! Rette! What? Die KI hätte ja den haben müssen. Was ist das denn? Nooo. KI vom Round aus macht hier zwei Tore, ne? Und passt unsere KI auch noch. Alter! Alter! Das gibt's doch nicht! In dem Scheiß-Moment! Ja, Round aus und legst das Tor. Round aus. Nein! Nicht der Pümpel schon wieder. Ähm. Was macht unsere... Alter, falsche Richtung! Alter, falsche Richtung! Drecks, Kaichi! Die doizid gefährdet, oder was? Schade. Ich hatte eben nur Saboteure. Die KI war ein Saboteur, aber die Spieler waren Saboteur. ja was soll man da machen was soll man da machen kannst du nichts mehr machen und wir warten und wir sind noch mitten in die runde reingekommen und haben ein tor verändert von uns wir sind schon wieder in die runde reingekommen letzte woche genauso der boden bewegt sich wir haben schon wieder eine k.i. und ihr gegner auch keiner das war ein fehl ja ich weiß ja okay beim lenken habe ich versehentlich mit dem daumen verkrampft und bin dann das weiß dann betätigt so war das wein hätte ich auch noch das tun machen können aber der war schneller an der k.i. die war schneller an freutig hast du die k.i. noch mal angestoßen? ne sah das so aus ja oder vielleicht gerade am ende noch keine ahnung oh oh ok die haben keine k.i. mehr nur noch wir die karriere hat für uns ein tor gemacht ne ja christian packst du da waren dieser eine typ der ähm der faustgottes den pack ich vielleicht nein ich hab ihn noch ein bisschen mit dem arsch erwischt aber ich hab ihn spielne nein pfh 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 puhr pfh pfh Karni ich durfte Alice ob er esser früher Generation Bei Legger Ah, Bilal. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ah. Schiss, das gibt's nicht. Ich hab schon wieder gerade einen Pümpel gehabt, aber ich konnte ihn schon wieder nicht einsetzen. Ja, das hat Reichweiten. Was für eine schluss kurze Reichweite musst du haben dafür? Muss direkt so am Ball dran sein, damit er einsetzen kann, oder was? Ah fuck, Zeug. Wieder zu früh. Ah fuck, ich dachte ich wollte an so einem Rand zu komplett vorbeifahren. Nein. Was? Wie weit? Klar. Und die können das über die ganze Map oder was machen. Das ist der Scheiß, den ich meine, ne? Ja. Wow, wow, sorry. Ja, krass. Ja, krass. Ich weiß, wie weit ist. Wie hat er denn jetzt da so reingemacht? Aber das war immer noch dieser... Hä? Keine Ahnung. Ich hab ihn. Bilal hat ihn. Ja, klar, natürlich funktioniert der Magnet nur, wenn man ganz nah dran ist, ne? Ja. Nein, 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 nein. Alter, da wurde wieder irgendeiner von euch geswitcht, ne? Ja, der andere, glaube ich. Ich hab ein bisschen Pech mit diesen ganzen, äh, warum der schon immer, sorry. Sorry, sorry, sorry. Warum? Ach, weniger sich entschuldigen, mehr besser spielen. Ich hasse den Magneten, ey. Ah, ein Ticken zu spät. Alter, der hätte ihn so schön reinmachen können. Nein. Rass du gleich aus. Oh, nice. Geh, ihm werde ich aus dem Weg gehen. Alter, das gibt es doch nicht. Und dann wird er. Und komplett dran vorbei. Das gibt es doch nicht. Alter, du bist ein verarschener. Jetzt gehst du doch nicht. Da kannst du doch nichts machen, ey. Lol, wie dreht der Typ sich da? Okay, nochmal. Wir müssen mal gewinnen. Ah, das wird zu spiel. Bereit. Oh, super, okay. Ich hoffe, wir spielen jetzt nicht nochmal im selben Team gegen die. Nein. Na doch. Ja. Super. Ah, wir haben einen Teamwechsel. Oh. Das ist bei denen. Ah, Spikes. Hast du jetzt etwa schon... Geil. Was wolltest du fragen? Ob du dich schon die Spikes ausgefahren hast. Weil ich nicht gesehen habe, dass du in dem Moment hier dein Ding traken darfst. Das war nämlich im selben Moment. Ja, das machst du ab und zu mal ein bisschen zu früh. Das war so, mit den Spikes die Beile abzufangen, wenn er unten aufkommt. Ja, aber manche muss es eigentlich knapp davor machen. Genau sowas zu verhindern. Aber ich hätte nicht reingesagt, dass er so reingesagt hat. Äh, doch. Natürlich. Ich habe das berechnet. Ich habe das explodiert. Alter, was für ein Winkel. Hast du den Winkel gesehen? Jetzt schon. Eine Kameradrohne. Schmutz. Dann springe ich halt oben drüber. Komm, Fried. Hallo. Was hat der Typ gemacht? Gerade eben hat er noch viel besser gespielt. Das war die erste Aktion. Also gerade eben hat er viel besser gespielt. Also so ein Fehler ist immer noch. Nein, wie lol. Oh, der hat ja diesen... Ah, die ist vorstgottes. Ich bin am Arsch. Schönes... Ah, Alter. Boom. Alter, was geht hier ab? Wuhu. Ich habe wieder getötet. Ich habe ihn viel zu früh eingesetzt. Nein. Guck mal, ich hätte ihn jetzt gebrauchen können. Ich bin tot. Hat er nicht zu früh eingesetzt? Oder hat nochmal Eis hinterhergeschmissen? Ja, aber ich hätte ihn gar nicht einsetzen müssen. Ich habe die Tore verwechselt. Ich dachte, ich fliege gerade in das gegnerische Tor, also in die Richtung des gegnerischen Tors. Bin aber in meine Richtung, in unser Tor reingeflogen. Ich weiß nicht, wenn man die Spiegelverkehrt die Wende hochfährt. Ah. Was soll? Ah, shit. Okay. War natürlich alles geplant. Guck mal, wie schön der da über die Wand da reingegangen ist. Also das war jetzt wirklich geil. Der war geplant. Ja, genau. Ich meine da gerade eben. Du rechnet, hallo? Ähm. Oh, ich habe noch ein paar schöne Fikes. Doch, nein. Unser eigener Spieler hat das, äh, mich weggestoßen. Oh, okay, geil. Wir haben alles verstanden. Also zwei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Fiktorne da ist ein bisschen gegen. Komm schon, Chris. Das liegt in deiner. Ich habe keinen Boost. Ah, okay. Ich habe zu viel Boost. Was? Ich kann nicht mal bemerklichen Scheißhaken eingesetzt haben. Das war ungewollt. Ja, alter, der Boxsack, äh, Boxhandschuh, ähm. Alter, hört auf. Oh, bitte. Wenn, ging es. Na, so gut. Ich raste aus. Weißt du, ich kann diesem Typen, wenn er spikest, nutzt, nicht den Ball wegschlagen. Was ist denn das für eine Kacke? Das geht bei den Gegnern immer, ne? Aber umgekehrt geht es nie. Ich kriege keinen ersten Ballkontakt mehr hin. Und wir dürfen hier keine Verdeckung erzielen. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, nein, das war's, ey. Alter. Alter. Hör doch auf. Komm her, Bidol. Komm her, Bidol. Oh, musste das eingefroren werden, ey. Nein. 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 Oh, Alter. Nein. Oh, Mann. Waren wir gefällt, den Schock. Nein. Ah. Ah. Entschuldigung. Du hast doch nicht den Dings eingesetzt, oder? Doch, das war der Haken. Du hast den Haken eingesetzt. Du Idiot. Was ist denn der Haken? Ja, wir dürfen auf jeden Fall keine Verlängerung erzielen, ne? Ja, also es ist keine Verlängerung. Ja, ne? Das war alles zu damit. Und ich dachte schon, wir machen vor. Nein. Dein fucking Spikes. Spike-Typ ist down. Oh. Macht's doch nicht so spannend. Nein. Verfehlt. Verdammter Bieler. Ja, super. Was macht ihr denn? Sorry. Ich war hier am Boosten. Der Friedtor. Ich meinte Friedtor. Der ist nämlich... Ich meinte Friedtor eigentlich. Der ist in den Urgans gefahren. Also der ist irgendwie... Äh. Mach das. Schön vom Ball weg. Ähm. 30 Sekunden left on the clock. Ja, super. Okay. Der Ball ist scheiße. Okay, bin down. Habt ihr die Sticker? Äh, es ist, es ist, es ist Spikes Sticker. Nicht Sticker. Nein! Nein! Das gibt's gar nicht. Tafel hast du... Dieser Friedtor hat Tafel so kacke gespielt. Haben wir eigentlich jetzt in dieser Folge überhaupt irgendein Spiel gewonnen? Nein! Nein! Irgendwie haben wir so eine kack KI oder so kack Mitglieder, also Team jetzt. Oder wir starten mit einem Spiel und verwechseln... Äh, Hauptmenü. Ja, Hauptmenü. 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 Aura. Dann geht es hoffentlich jetzt nächstes Mal mit einem Sieg weiter. Ja! Bis... Aber du bist jetzt draußen, du musst das essen, ne? Ja, genau. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Haut rein, Leute! Bis zum nächsten Mal.